So, gut Leute, der Maxi und ich waren letztens am Rapid Wing gegen First Fianna Match und haben ein paar Sachen für euch aufgenommen, also viel Spaß. Bist du zufrieden mit dem Matchverlauf? Ja, also, Rapid führt leider, aber echt geile Stimmung und ich denke, es ist wirklich ein schönes Spiel. Wie sind Benefit-Spieler? Also, hey, wir können das Quartier sagen. Was denn? Halbzett, 3-0 für Rapid, zwei noch von Halbzett, sehr bitter, aber... Okay, ich hab vor, jetzt kurz dran. Du hast noch einen... 4-3! 4-3? Ja! 5-4! Lass uns auf die Ferse mit den Glädchen. Abonnieren wir nicht! Ja, wir sind so eine schöne Brille. Wir sind so eine sehr schöne Brille, Wir sind so eine gute右indelbe. Wir sind so eine superstar, wir sind dankbar! Wir sind dankbar! BIAF! BIAF! Was sagst du zum Match? War spannend. Spannend? War es nicht. War artigerweise verloren, aber die Trimmung war super. Das Wett ist wunderschön. Ja, voll. Und ja, jetzt gehen wir mal raus auf den Schaden. Vorsicht, Paparazzo! Das war's. Vielen Dank.